ok ich bin wo jetzt sehe ich die erde kannst du hier drüben ich glaube ich bin hier drüben guck mal wenn der kapsel neben dir ja 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 da siehst du mich hey du hast ja gebraucht ich hab ein panzer h2o ok dann gehen wir mal weiter also ich konnte tatsächlich in vr die spieleinradung einfach annehmen ich hab's auch nicht richtig geklappt also ich meine zwar so ob es dunkel wächst es alter okay das sieht schon cool aus wir müssen strom einschalten scheinbar hey hier ist noch mal klebewand hast du es mitgebracht nö modul main power ah oh da ist eine waffe drin was hier ah ja stimmt und jetzt ins menü packen mit schraubenzieher brauchen wir den ok es wobbelt ganz kurz ah jetzt hier mit kollidiert es das sieht saugeil aus wie du dich da fortbewegst ich wills aufspießen ja von mir hast du es jetzt ja doing oh oh ja genau bewegt du dich mal ich hab mir das noch nicht so genau angeguckt du floatest voll oh cool alter so das ist wie lone echo ein bisschen null so was haben wir denn hier für für actions modul 1 modul 2 unlock ah oh wie das licht ergangen ist jetzt unlocked also mit dem hebel kann man jetzt die tür aufmachen also mit unserer kamera nummer 1 ah das sind wir ah wuhu wuhu wie du in der wuhu das sieht unnatürlich aus Kamera 2 ah da waren auch wir unten oh die Erde mach nochmal Kamera 3 3 ah das ist die tür das rauscht immer jetzt nochmal ah sieht aus wie so ein schwebewindtunnel ähm ah ja die waffen weiß ich nicht ah open ja da ist ein knopf ja da ist ein knopf die nehmen wir mal mit oh ja das ist vielleicht keine schlechte idee zack ins menü gepackt oh ah äh was funken da eigentlich links so wir haben hier irgendeinen leck warte mal wo ist das schraubenzieher hin ah ich bin schon dran der ist weg fett einfach die leitung ab das ist kein Problem das geht langsam zurück ok 1 2 3 jetzt gehts auch mein bild ach hat gehangen oh baby steps ah da kommt irgendwas wow 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 will das was machen ja äh es schießt da vorne funkt es noch mehr ok hab es du kannst es superman mäßig machen wuuuuh alter wie lange mal schwebt wow ja ich hab die tauschen angemacht und weggeschmissen was steht denn da fan control low upwards und downwards wo müssen wir denn hin wir müssen upwards wahrscheinlich ne naja let's go up na umschalten wuuuuh ja ok was passiert denn keine ahnung ich steig du schwebst ja ich schweb weg ich halt mich fest aber ich glaub das ist gewollt ich komme aber mit schwung yeah wohl schnell alter sieht das geil aus nimm meine hand zu weit weg zu weit weg oh nein oh nein ich treffs nicht Hilfe es hilft einem hin der luftstrom der geht hier hin ah hier ist auch so ein so ein airlock nochmal na dann gehen wir da hin ja das sieht aus als würdest du Fallschirmspringe ok luft rein sieht safe aus alter sieht das geil aus das war die 2 euro schon wert das sieht safe aus vor allem ist das gelb so ich komm ah das ist dieser komische fortbewegungsding das hatte ich eben schon ah geil das kann man wohl aufladen und dann gibt es einen schuh was ist denn das da heat tunnel access unlock ich check sauerstoff check es wäre geil wenn ich mich jetzt an dir festhalten könnte wie bei low and echo oder das ist 9000 ja ah jetzt verstehe ich es man kann auch weniger machen genau deine beine gerade sah witzig aus was alter ist das cool oh ja oh es ist riesig ja gut das brauchen wir hier um irgendwo hin zu kommen musik ist cool guck mal da sind solche gegner glaube ich wo ok ich nehme das ding mal in die linke hand das genau das gleiche habe ich auch gerade gedacht die waffe in die rechte die waffe in die rechte ach ich bin hier schon voll weit weg ich habe aus der See drauf gedrückt guck mal diese roten Dinger da ich glaube echt die kommen auf uns zu oh ja ja die kommen oh ey die kommen schnell ey man kann gut schießen nice ach da unten die kommen da hinten raus ja wo kommen die raus da aus so nem Loch oder oder wo ah ne da oh die kommen auf dich zu Achtung jetzt mach rückwärts noch mehr äh ah noch zwei ja ich glaube ey das ist saugeil also wir haben einmal hier ne Tür einmal da ne Tür das ist scheinbar der Kern hier und da ist was kaputt aber ist da was kaputt ich kann kein Problem feststellen ah ich glaube wir fliegen drauf zu auf irgendein Terminal auf A ja genau sollen wir da nochmal gucken was hier unten ist flieg mal dahin äh ja flieg du mal zu dem Teil oh wie geil das aussieht ist das krass knopf hier ist ein knopf drauf was ist denn jetzt da ist so ein rotes Ding oh mein Gott ah das ist deployt die okay jetzt ist es kaputt gegangen da ist aber noch eins deployt worden oder ja wo bist denn du ich seh dich grad gar nicht schwebst du bei der Plattform rum oder was ja ja hier ist noch ne Waffe hier sind zwei Waffen okay okay bei dir ist irgendwas passiert ah da kommt noch so ein Orb ich weiß nicht ob der zu dir oder zu mir kommt Main Power active okay oh mein Gott what oh mein fuck oh bei dir ist doch eins ja ich hab nur noch eine Waffe bei dir ist voll viel Action ja die peilen es zum Glück nicht um die Scheibe rum zu gehen oh oh zu früh gefreut er kommt ah die machen die Scheibe kaputt okay ich muss Regler hoch schieben ich mach einfach mal alle okay alle Regler hoch geschoben oh da ist noch ein Terminal Alter ist das bei dir auch so cool? ne bei mir war ein Knopf da hatte ich Glück okay activation Gas Injection und Lasers siehst du die Laser? ja Laser sehe ich dreht sich alles die kommen hier aus den Ecken ich drück activation okay activation also bei mir ist eher deactivated also bei mir fährt da grad irgendwas hoch ja es flinkgrün jo wow what das ist ne Sonne das ist ne verdammte Sonne Alter es ist hell oh Gott da wird alles reingezogen ah ich halte mich fest ich kann mich nicht festhalten ich kann mich nicht festhalten oh mein Gott jetzt hat es beschlossen ich schieße auf dich wuuu tja wir sind tot also wenn das schon der Prolog war ja 2 Euro aber trotzdem mega geil und ich muss das volle Spiel kaufen ey ja 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 ja